Ey, oh, let's go! Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Frau Alex. Servus! Ja, und das war's auch schon. Wir machen hier heute... Ja, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, Kart Eintracht Podcast, die erste nochmal. Warum? Du startest immer mit, weiß ich gar nicht, Eintracht Podcast Folge 31217. Habe ich das vergessen? Keine Folgennummer. Habe ich das vergessen? Dann reiche ich das nach. Das hier ist natürlich Folge 520 des Eintracht Frankfurt Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. So, besser jetzt? So, geht doch. So, sehr schön. Aber siehst du, weißt du, was das ist? Das ist, wenn man keine Vorbereitungsdokumentation erstellt, von der man abliest. Naja, ich habe eine Vorbereitungsdokumentation, wie du es nennst, erstellt. Und ich habe sie auch offen. Ich habe nur einfach gerade nicht drauf geguckt. Das ist irgendwie alles. Ja, denn. Na, denn. Wir haben ja die Kurve nochmal bekommen. Ja, da bin ich so froh, dass du da bist. Stell dir vor, die wüsste nicht, in der wievielten Folge sie sind. Alter, 520. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mitgemacht bei 300 irgendwas. Soll ich nachgucken? Nee, gefühlt, gefühlt. Aber diese Saison wird alles anders. Ja, meinst du? Nee. Doch, doch. Ein bisschen anders wird es schon. Ein bisschen anders wird es schon. Meinst du? Meinst du, meinst du, meinst du? Ja. Meinst du, meinst du, meinst du? Ich bin jetzt kein Sitzplatzkunde mehr. Ich bin jetzt Stehplatzkunde. Ja. Du hast aber Unrecht. Es war nicht Folge 300 irgendwas. Die Jubiläumsfolge habe ich schon mitgemacht. Ja, du warst auch danach nochmal da. Die letzte Folge ist gar nicht so lange her. Ja, siehste mal. Und da sagt er immer, ich komm nie. Ja. Die letzte Folge, wo du dabei warst, war Nummer 516. Also ich nicht, mein Weg. Mit dem sagenhaften Titel Chandler in den Sturm. Und das war im Mai. Also wirklich noch nicht lange her. Ja, Wahnsinn. Und diese Saison habe ich erst eine Folge verpasst. Ja. Soll ich so einen Counter machen? Wie viele Folgen hat Alex in dieser Saison verpasst? Und dann, also ich nehme am besten so ein Dinner-3-Blatt, dass die ganzen Striche da auch drauf passen. Ja. Ja, sehr schön. Alle Informationen dazu findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Support-Seite. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und da findet ihr auch alle alten Folgen. Und dann könnt ihr euch da nochmal durchhören, was so in den 519 Folgen davor passiert ist. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal auf das, was da bei der Eintracht am Wochenende passiert ist. Nein, machen wir nicht, weil ich hatte einen anderen Plan in meinem Kopf. So, langsam sortiert sich das hier wieder. Ich wollte dich nämlich, liebe Frau Alex, nochmal fragen, weil du ja letzte Woche die Folge leider verpasst hast. Wie denn deine Einschätzung der Vorbereitung war und wie du jetzt, mal abgesehen von dem DFB-Pokalspiel, so stimmungsmäßig in die Saison rein startest? Sehr gemischt. Also noch hat es mich nicht zu 100% gecatcht. Ja. Ich bin auch so ein bisschen in Wartestellung. Ja. Also. Weil? Weil diese Transferkiste so, das macht mich fertig. Also jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, nix genaues Weißte. Ja, also mir wäre es halt ganz recht, wenn das alles mal in trockenen Tüchern wäre, dann weiß ich auch, worauf ich mich einstellen kann. Dann weiß ich, ob ich positiv, nicht positiv gestimmt in die Saison gehen kann. Im Moment ist das alles nicht Fisch, nicht Fleisch. Da sind noch so viele, so viele Namen auf der Liste, von denen ich eigentlich der Meinung bin, dass die mit uns die Saison gar nicht verbringen werden. Aber was soll ich denn mit denen machen? Also soll ich mich jetzt auf die freuen? Soll ich weinen, dass die gehen? Nee, ich weiß es halt eben einfach nicht. Ja, und ich hoffe eigentlich auch, dass der eine oder andere noch kommt. Ja, und ansonsten, also, ich habe ja eben schon gesagt, ich war ja Sitzplatzkunde Block 41N. Ja. Schön auf meinem Bobbes gesessen, wenn es langweilig wurde. Ja. Jetzt bin ich im Stehblock 47 mal gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt, wie sich das im Oberrang verteilt. Ich bin gespannt, wie die Stimmung wird. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt am Sonntag ins Stadion gehen werde, weil ich habe jetzt gelesen, dass der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, was ich dann... Oh, warum rappelt mir denn die Watch dazu? Weiß ich nicht, sie sagt, sie weiß auch nicht, was sie davon halten soll. Sie weiß auch nicht, was sie davon halten soll. Ja, genau, der Umbau ist noch nicht abgeschlossen. Es sind 1000, 1500 Plätze oder irgendwas, die nur belegt werden. Also es ist, glaube ich, irgendwie aktuell Maximalauslastung oder nicht belegt werden. Also die Maximalauslastung ist, glaube ich, irgendwas mit 55.000. 55.000, genau. Genau. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, kann man ja quasi als, seit heute Morgen als neuer Stehplatz-Dauerkarteninhaber sich irgendwie einen Platz sichern. Und wenn man da keinen kriegt, könnte man ja alternativ dann einen Sitzplatz irgendwie auswählen. Irgendwo anders. Wie jetzt? Also so wurde mir das gesagt, dass es da eine Info-Mail irgendwie gab und man konnte seit heute Morgen sich irgendwie Plätze klicken. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich davon nicht betroffen bin. Ja, vielleicht sind es dann tatsächlich nur die, die halt in dem Bereich sind, die noch nicht ausgebaut sind. Genau, genau, genau. Also das hoffe ich jetzt, ansonsten hätte ich es halt auch schon wieder hart verkackt. Also, was ich jetzt auch nicht, ne, ja, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das passiert ist. Genau, aber das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, ob das für alle war. Ich würde aber mal davon ausgehen, tatsächlich nur die, die eine Dauerplatz, neue Stehplatz-Dauerkarte in einem Bereich haben, der noch nicht ausgebaut ist, dass sie dann Alternativmöglichkeiten bekommen haben oder bekommen werden. Ja, die Eintracht schreibt mir auch einfach zu viele E-Mails. Da gehen einfach wichtige Informationen mal unter. Du musst halt einfach nur deinen Posteingang in den Griff kriegen, das ist alles. Ja, genau. Also, deswegen, also bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, genau, deswegen bin ich noch gar nicht so, noch gar nicht so richtig in, also mich hat noch nicht die Euphorie gepackt, aber ich bin auch noch nicht so, ne, im Moment bin ich in so einer nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Situation. Hm, okay. Und wo sagst du, du hattest gerade gesagt, du hättest gerne, dass auf bestimmten Positionen oder in bestimmten Bereichen der Mannschaft noch nachgelegt wird. Was ist, welche Bereiche wären das oder welche Positionen? Ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was jetzt noch passiert, ne. Also, ja, also kommt ein Kunku, das wäre natürlich, das wäre natürlich geil, weil auf den Außen hat man jetzt auch gesehen, ich bin da noch nicht so 100% zufrieden. Ja. Deswegen fände ich das sehr geil, wenn da noch ein schneller Spieler kommen würde. In Verteidigung auch wieder, ne, das DFB-Pokal, warum spielt Makoto Hasebe? Also, hat's Tutor so verkackt, dass er in der Zentrale nicht die Waffe der Wahl ist, das hat er letzte Saison schon gezeigt, ich hätte gehofft, dass er irgendeinen Anreiz, sorry. Ja, ich glaube, wenn Tutor spielt, wäre er sowieso nicht unbedingt derjenige, der in der Zentrale spielt, das wäre für mich eher Koch. Aber, ja, also, so wie ich das verstanden habe, war das ein relativ eindeutiger Fingerzeig von Dino Topmüller, der nach den, ja, unkonstanten Leistungen von Tutor in der Vorbereitung da ganz klar ein Zeichen gesetzt hat, was ich auch schon mal eine, eine wirklich klare Ansage finde, wenn du als ein Innenverteidiger, der damals, was wir ja auch hoch gelobt haben, als Abraham-Nachfolger quasi ins kalte Wasser geschmissen wird, eigentlich einen sehr guten Job gemacht hat und dann zieht dieser nicht älter werdende Japaner dann einfach an dir vorbei und du sitzt halt dann auf dem, auf dem, äh, auf der Bank. Also, ist schon eine Ansage. Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist aber, also, Tutor ist halt in einer absoluten Wohlfühloase, so in so einer Komfortzone, ne, also, der hat einen sehr steilen Karriereweg bei uns hingelegt und ist an einem Punkt angekommen, wo man auch schnell zufrieden werden kann. Ja, maybe, weiß ich nicht, aber was ich mir halt auch vorstellen kann, ist natürlich, dass die nicht vorhandene, äh, Konkurrenzsituation in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren natürlich auch ein Stück weit, äh, dazu beigetragen hat, weil, äh, wen hättest du denn alternativ als rechten Innenverteidiger dann bringen wollen? Also, Hasebe war ja primär immer gesetzt für die Mitte, links war immer Endika, ähm, Smolcic wäre auch nicht weiter als bis zur Mitte gekommen, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, weil Linksfuß, ähm, Touré verletzt, Schendler verletzt. Ja, selbst als Touré nachher fit war, ne, halt auch, äh, immer mal überraschend, überraschend gut als, äh, als Aushilfe. Ja. Aber wenn er zweimal nach Gang gesetzt war, dann halt auch, äh, genauso schnell auch wieder weg vom Fenster, ne? Ja, ich glaub, das tritt halt schon. Ja, ich glaub, das ist halt so ein bisschen das, was ich mein mit Wohlfühloasen und Komfortzone, ne? Ja. Und wenn du dann nicht diese Mentalität hast, aus eigenem Antrieb immer weiter dich verbessern zu wollen, sondern wenn du so in deinem Verein, der scheint sich auch in Frankfurt ganz wohl zu fühlen, hat dann irgendwie auch relativ früh, äh, jetzt zur Vertransferperiode irgendwie gesagt, so seid ihr bescheuert, ich will überhaupt nicht wechseln, hier Frankfurt, meine Heimat, bleib ich, ne? So, ähm, und wenn du dann halt dir in deinem Verein so ein gewisses Standing erarbeitet hast, wo du nicht mehr der kleine Azubi bist, der gerade aus Belgien zurückkommt, sondern, äh, schon, schon ein bisschen was an Standing hast, ein bisschen Lob bekommen hast, dann kannst du es dir halt auch relativ schnell einrichten, ne? Und ich hoffe mal, dass bei ihm das Ganze jetzt umschlägt in positive Energie und er merkt, hoppala, ich muss ein bisschen mehr tun, als einfach nur ein Status Quo zu halten, was aber auch passieren kann, ist, dass es in Frustration umschlägt, ne? Also, gab ja schon den ein oder anderen Brasilianer, bei dem, äh, this happened. Ja, 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 also schauen wir mal und dann, ich verstehe aber auch deinen Punkt mit Innenverteidigung, weil natürlich auch, ähm, jetzt mal vorausgesetzt oder, ähm, mal sehr stark davon ausgegangen, dass wir ja die Playoff-Runde in der, äh, Konferenz-League schaffen und dann die Gruppenphase haben, das heißt, du hast dann auch eine gewisse Anzahl von, von Spielunterbrechungen, ähm, und wenn du dann halt, äh, ja, Fünfer-Dreier-Kette spielst und du hast halt drei A-Innenverteidiger und dann hast du irgendwie so ein 1 B und dann vielleicht noch so ein, ja, 1 C, aber mehr ist halt nicht, ne? Also, ist halt dann auch schnell dünn besetzt, was das Thema angeht. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon kurz in der anderen Runde hier drüber gesprochen. Also, ja, Innenverteidigung kann ich verstehen und dann natürlich auch die Frage, ähm, perspektivisch. Mein Tutor ist ein guter Innenverteidiger, aber jetzt auch nicht das, das Ende des Möglichen. Also, da gibt's halt auch noch andere, ne? Ja, so, und dann, ja, Offensive ist halt auch so ein Thema. Ja. Also, wenn Alario, Boree und Mwani, wovon ich bei allen drei ausgehen, noch gehen, wäre es halt auch gut, da noch irgendwas, äh... Ja, aber das, das kannst, das ist halt dann auch wieder das Thema, wen willst du denn da holen und von was für einem Geld? Also, ich meine, du hast natürlich jetzt Geld bekommen für, da hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, für einen Ramai hast du Geld bekommen, du hast Geld bekommen für einen Zoo. Also, das sieht momentan ja eigentlich so erstmal ganz positiv aus. Du hast jetzt auch ein paar Spieler, die, äh, verliehen werden, wo man auch das Gehaltsbudget wieder ein bisschen entspannt. Du musst mit Sicherheit einfach wirklich Alario und Boree da runterkriegen, weil die fressen halt, auch wenn du nicht viel Ablöse kriegst, aber die fressen halt Gehaltsbudget auf ohne Ende. Ähm, dann hast du da halt auch wieder Möglichkeiten, aber, ne, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie vielleicht Innenverteidigung, du brauchst noch irgendwie ein bisschen Speed auf den Außen, vor allen Dingen halt auf links und dann noch einen Stürmer, dann kannst du da halt diese Stürmer-Dramatik erst machen, tatsächlich, wenn du auch Mwani abgegeben hast, damit die Kasse halt voll ist. Also, du musst die drei, die drei musst du eigentlich loswerden. Wäre halt, ich hab mich halt mega gefreut, als ich gelesen hab, äh, Alario hier irgendwie Saudi-Arabien irgendwo hin. Wäre halt Bombe. Stell dir mal vor, du kriegst für Alario auf einmal noch 20 Millionen in die Kasse. Nee, du kriegst für den keine Ablöse, das kannst du vergessen. Der kriegt halt einfach ein Gehalt, was halt absolut absurd ist, ja. Aber, ähm, du wirst für den keine 20 Millionen Ablöse kriegen. Ich glaub, das ist auch nicht das, was angestrebt ist. Wenn du halt froh bist, dass der mit seinen, weiß ich nicht, wie viele Millionen aus dem Gehaltsbudget rausfällt, da ist dir schon irgendwie viel mit geholfen. Ja, weil momentan musst du halt wahrscheinlich davon ausgehen, dass da jeden, jeden Monat, äh, ein, ein ordentlicher Betrag halt runtergeht. So, wenn du das irgendwie auch nur zur Hälfte in, in Transferbudget irgendwie ummünzen kannst, dann hast du da auch schon wieder ein bisschen mehr Möglichkeit. Ja, aber ja, wird, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch, noch spannend, ähm, ist natürlich jetzt dann auch die Frage, was hat jetzt dieser, wir haben schon gerade bei, bei Saudis, äh, waren, was hat jetzt dieser Wechsel von Neymar dann jetzt noch in Gang gesetzt, dass dann da PSG vielleicht doch nochmal irgendwie das Geld aufmacht. In der, ähm, Spieltags- oder Eröffnungskonferenz heute haben sich ja Hellmann und Kröscher erstmal sehr entspannt gezeigt und gesagt so, ja, dann, wenn halt ein Angebot kommt, dann kommt, und wenn nicht, dann halt nicht. Also die sind da, also sie wirkten zumindest sehr tiefenentspannt, äh, haben aber ja auch durchblicken lassen, dass ich dieses Thema halt wirklich noch bis zum 1. September im schlimmsten Falle ziehen kann und das wäre halt einfach fatal. Da hatten wir auch letzte Woche schon, erwähne ich relativ häufig heute, ne, ähm, drüber gesprochen, dass das halt dieses, das absolute No-Go ist, dass du halt im schlimmsten Falle jetzt noch die zweieinhalb, drei Wochen, bis da jetzt die Entscheidung getroffen ist und dann musst du auf kurz oder knapp, äh, bis zum letzten Tag quasi warten, bis du da, ähm, bis du da irgendwas machen kannst. Und dann ist natürlich auch die Frage, welcher Preis steht dann an deinem alternativen, äh, Wunschkandidaten. Da waren ja Kandidaten im Raum, wo ja jetzt, ähm, in den letzten Wochen schon die Preise gestiegen sind, die werden ja dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr fallen. Ja. Ja. Genau, also in dem Moment, wo halt klar ist, dass bei der Eintracht 100 Millionen eingehen, dann, äh, wird natürlich jeder auch sagen, ja, möchte ich ein Stück von abhaben. Aber, ähm, ganz ehrlich, wenn du 100 für Kolo kriegst, ein bisschen was für Alario, ein bisschen was für, äh, für Boree, ja, keine Ahnung, dann nimm doch 20 in die Hand und holen Wahi. So, das ist ja, das ist ja, das ist ja dann auch, äh, ja, im Rahmen des Machbaren. Ja, ja, ja. Ja, und im schlimmsten Falle... Aber da wird sich halt echt noch, aber guck doch mal, wenn das alles so passiert, wie sich dieser Kader noch verändern wird, ne? Ja, das ist ja das, was Basti auch die ganze Zeit schon so aufregt, dass du eigentlich jetzt gar nicht dich so richtig, und das war ja meine initiale Frage, mit welcher Stimmung du in die Saison gehst, man kann sich eigentlich noch gar nicht so richtig freuen, weil, äh, selbst jetzt mal angenommen, es läuft halt jetzt grandios gegen, gegen Darmstadt, wir, wir, wir spielen da irgendwie wunderbaren Fußball, es fallen vier, fünf geniale Tore, wir machen Standardtore, whatever, dann die, ähm, die Playoffspiele, äh, etc. Und du weißt halt eigentlich nicht, ob die Spieler, die dich da gerade so verzaubern, in drei Wochen überhaupt noch da sind. Ja, ja, also wobei, wenn du das mal so zugrunde legst, was wir jetzt in Leipzig gesehen haben, ne? Ja. Dann waren da ja an, naja, das Moani-Tor war ja, sagen wir mal, ein Eigentor, ne? Ja. Das ist ja sowieso sehr blass gewesen, also, wenn man, wenn man Leipzig mal als Grundlage nimmt und die Erwartungen für Darmstadt da drauf ausbaut oder die Erwartungen für die Saison da drauf jetzt mal versucht, gedanklich aufzubauen. Ja. Hat Moani keine Rolle gespielt, ne? Und alle anderen, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, das sind ja schon Kandidaten, von denen wir wissen, dass sie bleiben. Ja. Wobei die für mich halt eine komplette Wundertüte sind, was ich von denen erwarten kann. Ja, das ist halt die Frage, ob du dann halt wirklich auf dem, was einem da positiv gestimmt hat, deine Saisonerwartung aufbauen kannst. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde dir halt zustimmen, dass du einfach gemerkt hast, dass ein Kolo einfach in dem Moment mit dem Kopf nicht da war, dass ein Lindström immer noch ein bisschen reinkommen muss und er jetzt auch ja so ein bisschen auf einer veränderten Position spielt. wer mir extrem gut gefallen hat, war Götze auf der Achterposition und Skiri auf dieser Sechserposition. Also da hast du halt schon richtig gemerkt, gerade mit Skiri, der wird noch verdammt wichtig. Und ansonsten haben wir halt... Sechs ist halt auch so ein Thema, ne? Also wen haben wir denn, wenn Skiri mal verletzt ist? Äh, Rode, Jakic und da könnte auch das japanische Taschenmesser Makoto Hasebe spielen. Ja, ja gut, wobei Hasebe, ne? Also auf der Sechs muss halt deutlich mehr laufen. Das ist mal eine Notlösung. Auf Sebastian Rode kannst du nicht bauen. Jakic hast du. Ja. Aber that's it. Ja. Wobei, das ist nicht, das ist nicht die größte Prio, ne? Ne, glaube ich jetzt auch nicht. Da hast du vielleicht, du hast Skiri, du hast mit Jakic einen Ersatz und danach hast du so mögliche Lösungen. Du hast auch einen Rode, der halt einfach, also ganz ehrlich, wenn du im Rode sagst so, ey, ich weiß, du hast Schmerzen und sonst irgendwas, aber ey, wir brauchen da jetzt einen, dann sagt er, ja, wie viele Minuten soll ich laufen? Also, da zieht der halt durch. So, den haben wir schon so oft abgeschrieben, der wird das weiterhin durchziehen, der ist auch Kapitän, der wird da nicht aufgeben. So, du könntest sogar, wenn jetzt irgendwie da alle Stricke reißen, bin ich der Meinung, du könntest sogar teilweise eine Ibimba auf der Position spielen lassen, der wird das anders interpretieren und der wird das ein bisschen offensiver auslegen, aber der könnte das auch. Also, ich glaube, da hättest du irgendwie Varianten und kann nicht auch Koch auch im Zweifelsfall auf der Position spielen? Also, ich glaube, da hast du... Naja, aber es ist ja auch nicht so, dass wir auf der Innenverteidigung so dicke besetzt sind, ne? Ja, aber du hast auf... Was ich sagen will, ist, du hast da Optionen, du hast auf den Achterpositionen Optionen. Da hast du mehr als eine Option, genau. So, was halt wirklich aus meiner Sicht schwierig ist, ist Innenverteidigung, einfach nur, weil wir nicht wissen, wie viel gespielt wird und halt die Offensive in Anführungszeichen, je nachdem, was halt jetzt mit dem Abgang von Kolo passiert, weil ich stimme dir dazu, das, was man gegen Leipzig gesehen hat, was ich halt sehr positiv fand, waren halt dann eher so die, die zweite Mannschaft, die ja dann in der zweiten Hälfte kam. Ich fand, Hauge hatte sich da sehr gut gemacht, ich fand Mammouz da sehr aktiv, ich fand auch einen Larsson da sehr aktiv, wobei die natürlich auch zum Großteil irgendwie zu einem Zeitpunkt kamen, wo du einfach gemerkt hast, dass bei Lok die Luft raus war. Bis auf Hauge, der hat da halt wirklich noch irgendwie überzeugt, aber du hast halt auch da gemerkt, sie haben halt irgendwie Bock, sie sind auch beim Stand von 6 zu 0 da noch motiviert und gehen dann noch auf das nächste Tor da irgendwie drauf. Aber das ist halt jetzt nicht, also da ist jetzt wenig dabei, wo ich sagen würde, und dann spielen die halt in der A11 und dann bauen wir halt die komplette Saisonplanung auf den Spielern auf. Da ist viel dabei für die Zukunft. Genau, ist halt auch Überraschungskiste und vor allen Dingen, aber auch Hauge, der ist für mich wie ein Blumenstrauß von meinem Freund. Also mein Freund bringt mir nie Blumen mit, nie. Wenn der jetzt heute mit einem Blumenstrauß kommt, Hättest du gefragt, was hat er falsch gemacht? Boah, geil, Blumen ist mein erster Gedanke. Und sofort kommt aber der Gedanke hinterher, okay, Freund. Warum? Warum? Und das ist halt bei Hauge auch so. Ich mach den Fernseher an, der wird eingewechselt und ich denke, wow, Hauge, geil. Und direkt kommen fünf Stimmen in meinem Kopf, die sagen, Alex, entspannt bleiben, Hauge. Also, ich fand's geil, was ich gesehen hab, aber ich trau diesem Frieden 0,0. Ja, wobei ja jetzt schon einfach auch viele, die auch bei der Vorbereitung vielleicht verstärkt drauf geguckt haben, gesagt haben, dass der Spieler halt komplett anders agiert, dass er irgendwie auch nochmal mental gereift ist, etc. Trapp hat es in der Pressekonferenz auch nochmal aufgenommen und hat irgendwie gesagt, er hat den Eindruck, dass ein seriöserer Hauge zurückgekommen ist. Was auch schon eine merkwürdige Aussage ist, wenn man das so formuliert, oder? Ja, aber, ey. Ja, aber, also trotzdem, ne? Also, ich würd mich auch freuen. Ja. Und gerade auch die Namen, die du gesagt hast, ne? Also, Lars war ein geil, ein Gang kam, Mamou, ich hab' ich richtig Bock drauf. Über den Transfer hab' ich mich extrem gefreut, weil der hat mir schon an der Seite von Salazar bei St. Pauli, fand ich das einfach schon obergeil. Ja. Dass der jetzt bei uns gelandet ist, ist Bombe, ne? Aber weißt du halt auch nicht, ne? Aber mit den Spielern, das ist schon cool. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja auch noch mehr davon mit Arison. Der hat ja auch letztes Jahr bei den paar Kurzeinsätzen, die er hatte, angedeutet, was du da in der Zukunft erwarten kannst. Aber da musst du halt die Kirsche im Dorf lassen, ne? Ist für alle erste Saison jetzt bei der Eintracht. Kann sein, dass einer von denen durchstartet. Ähm, kann aber auch nicht sein. Kann aber auch sein, dass Lindström noch geht. Kann aber auch nicht sein. Ja, also. Das ist halt echt so ein bisschen, äh, die absolute Wunderkiste gerade da. Du weißt nicht, was sich kadertechnisch noch tut. Du weißt nicht, wie die Spieler, auf die man jetzt vielleicht auch, da muss man auch als Fan wirklich vorsichtig sein. Da haben wir, ähm, glaube ich, auch genügend Erfahrung in der Vergangenheit, äh, gesammelt. Ähm, dass, äh, man da wirklich aufpassen muss, dass man da die Erwartungen nicht zu hoch setzt, auf den einen oder anderen, äh, Spieler. Ja, also von daher, ja, schauen wir mal. Aber wie ist denn bei dir? Bist du schon, bist du schon on fire für die neue Saison? Ähm, ja, ja, auch eher, auch eher so ein, so ein, so ein, so ein Jein. Also, bah, seh schon deine Flamme, die lodert auch nicht. Ja, ja, tut sie, tut sie nicht, aber auch, ja, wie soll ich das, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also ich hab schon richtig Bock, die Eintracht zu sehen. Ich hab schon auch Bock zu sehen, was Topmöller da jetzt aus der Mannschaft macht, wie er das taktisch aufstellt, ähm, wie, wie da vielleicht der ein oder andere Spieler, äh, agiert. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir auch nur, ähm, also wenn wir auch in unsere Leistung von der Saison anknöpfen und da vielleicht jetzt auch einfach nochmal die Punkte, die in der letzten Saison nicht so gut waren, nochmal besser gemacht haben, dass wir da auch wieder eine richtig gute Saison hinlegen können, wenn wir es dann halt einfach mal konstant hinkriegen. Ich bin noch nicht in Gänze wieder so in diesem, in diesem ganzen Fußball-Thema drin. Also all diese Geschichten, die da jetzt gerade so passieren mit irgendwie, äh, Saudi-Arabien, zahlt halt irgendwie Unmengen von Geld. Ich reg mich immer noch rückblickend über diese scheiß Winter-WM irgendwie, äh, auf. Ähm, dann dieses Gefeiere von diesem, von diesem Kane-Transfer, wo ich sage so, ey, ja. Unglaublich. Also spielt halt da jetzt Harry Kane, ist wahrscheinlich, für die Bundesliga ist das wahrscheinlich großartig, aber ich habe halt immer noch so das Gefühl so, also wenn wir jetzt mal durchgucken und sagen so, okay, ein 30-Jähriger, es ist ein 30-jähriger Top-Stürmer, der kann auch sicherlich noch vier Jahre, aber mal so unterm Strich, der Stürmer, der in, in, in England zwar konstant Leistung abgefeiert hat, aber noch keinen Titel in den letzten Jahren gewonnen hat, ähm, kommt halt irgendwie zu den Bayern, die halt einfach sich das leisten können. Also da ist halt null Kreativität irgendwie drin und ich weiß nicht, wertet das jetzt wirklich die Bundesliga auf oder zeigt das nicht eigentlich viel mehr ähnlich, wie das mit dem Mané-Ding im letzten Jahr war, wo ja der Berater wohl sehr offensichtlich ihn da angepriesen hat, dass wir, dass wir wunderbar sind für die Spieler, die halt in den Top liegen, es vielleicht nicht mehr, also nicht mehr richtig an, an die absoluten Top-Zeiten anknüpfen können oder vielleicht da nicht mehr gewollt sind, die aber immer noch wahnsinnig viel Kohle wollen, dafür sind wir gut, macht es die Bundesliga in irgendeiner Art und Weise interessanter? I don't know. Also da struggle ich halt gerade so ein bisschen. Da hat der Kicker auch als, mit als Einziger einen sehr geilen Kommentar zu rausgehauen, ne? Also die haben den, also in diesem Kommentar, hat der Kommentar, Kommentarschreiber den Transfer auch echt ein bisschen verrissen und hat dann gesagt, okay, da hat jetzt ein Verein in Deutschland 100 Millionen für den Stürmer des Tabellenachtens im Vorjahr der Premier League ausgegeben. Ernsthaft? Und das ist halt so, das ist es halt auch. Also es ist ein 30-jähriger Stürmer, Achter-Tabelle letztes Jahr der Premier League und wechselt jetzt. Und der wird bei seiner Einwechslung und auch diese ganzen Reporter drumherum, jeder musste sich zu diesem Kane-Transfer äußern. Jetzt wurde Axel Hellmann auf der Pressekonferenz gefragt, was er zum Kane-Transfer sagt. Alter, als würde Messi gerade in der Bundesliga spielen, aber in seiner Blütezeit. Also am Ende des Tages wird dieses Ding wahrscheinlich aufgehen. Also der wird halt genau diese Lücke füllen, die bei den Bayern irgendwie da war, dass sie da keinen hatten, der im Strafraum steht, der die Dinge irgendwie macht. Das wird wunderbar irgendwie passen, alles wunderbar, aber was ist denn das Ergebnis davon? Die Bayern werden zum zwölften Mal in Folge Meister. Macht das die Bundesliga dann am Ende des Tages besser? Nee, also ich finde es halt auch so uninspiriert. Klar, es passt auch da wieder in das Konzept der Bayern. Die Bayern sind halt keine Mannschaft, die halt irgendwie von ihrem Konzept her einen jungen, wilden Stürmer oder Spieler irgendwo verpflichten für wenig Geld und den dann nach zwei Jahren irgendwie, weiß ich nicht, für den zehnfachen Wert irgendwie verkaufen. Das ist ja auch nicht das Konzept der Bayern. Sondern die wollen halt einfach solide, gestandene Spieler, die in der Lage sind, sich selbst irgendwie zu integrieren, die du hegen und pflegen kannst, die dir halt einfach die Tore machen und die sollen das bitte die nächsten fünf Jahre bis in Rente gehen. Das ist halt das Konzept. Und das macht es halt langweilig irgendwie. Ja, aber auch da, ne? Also da wäre ein Moani fürs gleiche Geld hundertmal spannender gewesen. Ja, den Wechsel, der hätte mich dann, da wäre ich dann zumindest angezündet gewesen, aber eher auf so einer negativen Art, wenn das passiert wäre. Naja, wobei, das hätte ich halt verstanden. Ich verstehe halt nicht, warum ich... Nee, hätte ich nicht. Einen Kane kannst du nicht mehr verkaufen, du hast jetzt einfach 100 Millionen. Ja, aber das wollen die Bayern ja nicht. Ja, genau, aber der wird ja auch nicht mehr, also wer weiß, ob der spielt, bis der 38 ist, so wie in Makoto Hasebe. Also eine clevere Geldanlage war das jetzt nicht. Und wenn Moani jetzt zu PSG wechselt, das ist halt auch kein Transfer, den ich nachvollziehen kann. Also League 1 hin oder her, das ist doch kein Schritt nach vorne. Also aus einer Bayern-Sicht, halte ich aus einer Bayern-Sicht, und dann sollten wir vielleicht dann gleich mal das Thema wechseln, bevor wir jetzt im Bayern-Podcast werden. Aus einer Bayern-Sicht hätte der Moani-Transfer für die halt keinen Sinn gemacht, weil das ist halt ein Spieler, der, weiß ich nicht, also der wäre keine 10 Jahre bei denen geblieben. Der hätte nach zwei Jahren irgendwie weggewollt, das passt nicht in deren Konzept. Das verkraften die seelisch und moralisch nicht. Die 100 Millionen, die sie halt jetzt einfach für einen Kane bezahlen, da tut denen nicht weh. Also, ja, da haben die eingepreist, dass die in den drei, vier Jahren, die der da jetzt irgendwie spielt und die Buden macht, dass die die Kohle da wieder reinholen. So, fertig aus, das ist für die ein Nullsummenspiel. So, das ist denen Tresial, und wenn da jetzt noch irgendwie Spieler gehen, dann haben die ja auch ja unterm Strich keine 100 Millionen in die Saison investiert, sondern vielleicht irgendwie 40, 50. Kratzt die nicht. So, aus einer Moani-Sicht, warum sollte er zu den Bayern gehen? Also, wenn, dann würde es ja Sinn machen, für ihn irgendwo hinzugehen, wo er sich nochmal irgendwie anders da präsentieren kann, wo er Titel gewinnen kann, die Leute irgendwie interessieren und vielleicht sogar perspektivisch irgendwie in einem Verein landen, wo du halt auch eher so um Champions League, EuroLeague, ja gut, EuroLeague-Händler, Champions League-Geschichten mitspielen kannst. So, warum soll er zu den Bayern gehen? Können die Bayern in den nächsten Jahren um die Champions League mitspielen, also um den Titel? I don't know, glaube ich nicht. Kannst PSG? Nee, auch nicht, das wäre das Nächste gewesen. Warum sollte er zu PSG gehen? Ja, League-A-Titel haben sie safe, sicher, da müssen sie eigentlich ja nicht mal für spielen, den kannst du denen auch so hinstellen. Bock den Titel irgendjemanden? Nee. International nicht. Champions League werden sie auch nicht um den Titel mitspielen. Also das Einzige, was da halt eben der Faktor sein könnte, ist halt einfach die Connection zu Mbappé und dass er halt eben, wenn er sagt, okay, er will halt irgendwie französische Nationalmannschaft, dass du dann vielleicht in der französischen Liga dich da nochmal irgendwie anders da präsentieren kannst, aber hey. Nee, ich weiß nicht. Letztes Jahr war ich ja im Stadion, als hier Liga Erster gegen Zweiter gespielt hat. Also ich habe selten ein langweiligeres Fußballspiel gesehen. Klar, die Tore waren geil, wenn Messi und Mbappé im Sechzehner hier mit Hacke, dies, das, irgendwas tun, ist schon geil zu sehen. Aber das sind exakt zusammengeschnitten 47 Sekunden des Spiels. Und ansonsten denkst du dir, oh Gott, also da sehe ich hier Kickersmerfelden, sehe ich interessantere Spiele. Ja, ja. Hint, hint, meine Frauenfußballmannschaft. Ja, also. Kostet keinen Eintritt bei uns, wollte ich nur sagen. Ja, also wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch interessant, aber ich bin jetzt auch noch nicht so richtig begeistert. Wie gesagt, ich habe Bock auf die Eintracht und auf die Entwicklung, Weiterentwicklung des Vereins mit zu beobachten. Aber ich bin noch nicht so richtig im Fußballmodus. Ich habe auch nach wie vor doch sehr wenig Fußballspiele bis jetzt gesehen. In dieser Saison, in dieser noch sehr jungen Saison. Ja, lass uns doch dann vielleicht mal tatsächlich nach vorne gucken. Was glaubst du denn, wie das Spiel am Sonntag für die Eintracht abläuft? Sonntag, erstes Spiel in der Bundesliga-Saison 23, 24, 17, 30 gegen Darmstadt. Zu Hause Stadion noch nicht voll besetzt. Wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Nein, wir hatten in der Aufnahme sogar schon drüber gesprochen. Siehst du, so vergesslich bin ich schon. Dass das Stadion ja noch nicht voll besetzt ist, weil noch nicht die ganzen neuen Stehplätze verfügbar sind. Dafür wird, denke ich mal, trotzdem das, was verfügbar ist, wird halt ausverkauft sein. Oder ist ausverkauft. Mit welcher Stimmung oder was glaubst du denn, wie so dieses Spiel werden wird da am Sonntag? Auch super schwierig zu sagen. Also dadurch, dass wir 7-0 in Leipzig gewonnen haben, glaube ich, täuscht das sehr darüber hinweg, dass wir auch ganz viel von dem Vorjahresdriss zu sehen bekommen haben. Ich meine, in der ersten Halbzeit ging echt nicht viel. Wäre diese eine Großchance, wo der eine Leipzig-Stürmer auf Trapperleine zugelaufen ist, wäre der drin gewesen, läuft dieses ganze Spiel anders und wir gehen nicht mit einem 7-0 nach Hause. So, jetzt hatten wir DFB-Pokal, erste Runde, Eintracht gewinnt 7-0, Tor-Festival, Euphorie auf dem Gipfel. Bei Darmstadt genau das Gegenteil, zur richtigen Zeit auf die Fresse bekommen und jetzt spielen wir gegeneinander. Ja, ja. Also, ich habe im Leipzig-Spiel nicht genug gesehen, um mit einem guten Gefühl Richtung Darmstadt zu gucken. Ja. Standardsituationen, ne? Also wie oft Leute schon gesagt haben, dass Standardsituationen jetzt Priorität werden. Wie schwer kann das denn sein, da irgendwie dran zu arbeiten? Da würde ich gerne kurz einhalten. Ich fand das so lustig, als William Pacho drauf angesprochen wurde, wie das denn wäre. Er hätte ja da auch irgendwie mit der Nationalmannschaft Tore gemacht und warum das denn in der Belgischen Liga und so noch nicht passiert ist oder nicht funktioniert hat und wie das denn so wäre. Und dann fing er an, so von wegen, ja, er wäre irgendwie gut bei Standards und das wäre so sein Ding, wo ich dann da gesessen habe und gesagt habe, so, ja, du magst da gut sein, der Rest unserer Mannschaft aber nicht. Ja, wenn halt weiter Benni Köhler Gedächtnisflanken reingehauen werden, was willst du denn da, was willst du denn da machen? Ja, aber genau. Und das sind halt so Sachen, weißt du, wenn ich da ein bisschen was an Futter bekommen hätte im Leipzig-Spiel, dann würde ich jetzt vielleicht auch Richtung Darmstadt gucken und mir denken, Mann, Alex, geil. Weil, scheiß drauf, dass das Spiel schon wieder Sonntag ist, ab geht's, die hauen wir weg. Ich rechne mal, vielleicht sag ich ein bisschen Selbstschutz, ich rechne einfach mal mit wenig, dann kann ich nur überrascht werden. Ja, wobei ich glaube, man darf das halt wirklich einfach nicht so komplett miteinander vergleichen. Es ist halt immer die Gefahr, du spielst halt in der ersten Runde gegen einen unterklassigen Gegner, also die Fallhöhe ist halt verdammt hoch. Du hast einen neuen Trainer, der jetzt auch nicht direkt irgendwie die Pflichtspiele-Saison mit einer Niederlage und mit einem Ausscheiden aus einem Pokal beginnen will. Du hast auch als Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren zu oft diesen Weg gemacht, dass du in der ersten Runde irgendwie ausgeschieden bist. Also, ich glaube, das kannst du halt nicht vergleichen, da geht's halt um alles oder nix oder ging es um alles oder nix gegen Leipzig oder gegen Lok. Und Darmstadt ist halt eins von 34 Spielen. Ja, es ist zu Hause und ja, es ist tatsächlich zum Beginn ein emotional und stimmungsreiches Spiel, weil du halt wirklich mal ein Derby hast und nicht nur das, was halt irgendwie weitläufig als Derby geschrieben wird, aber halt bei weitem keins ist. Also, stimmungstechnisch ist es wahrscheinlich auch hoch, aber es ist halt unter dem Strich eins von 34 Spielen. Das ist halt schon ein anderer Charakter, finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber was erwartest du nach dem, was du jetzt in Leipzig gesehen hast? Oder nimmst du aus Leipzig irgendwas mit, wo du sagst, wenn ich mir das angucke, Sonntag läuft der DAX? Also, was ich erwarte ist, wie du, also ich erwarte schon das, was du auch gesagt hast, dass wir viel von dem sehen, was wir in der letzten Saison auch gesehen haben, dass es erstmal ein solides Spiel aus der Defensive heraus werden wird, wo man viele Querpässe sieht, viel Ballbesitz am Anfang, auch weil Darmstadt vielleicht eher auf Konter- und Spielzerstörentaktik irgendwie geht und wir erstmal so ein bisschen Ballsicherheit haben wollen, damit rechne ich am Anfang. Und dann bleibt halt wirklich die spannende Frage, welche kreativen Mittel man findet, um diese eher Spielzerstörentaktik von Darmstadt da so ein Stück weit übergehen zu können. Da wäre meine Hoffnung, dass wir es halt einfach mit, und da würde ich auf ein Stück weit Skiri und auch auf ein Stück weit auf Götze dann setzen, die halt einfach mit sehr guten, langen bis mittellangen bis langen Pässen schaffen, einen Lindström und einen Moani mit deren Geschwindigkeit in Szene zu setzen. Die müssen halt dafür hinter die Kette irgendwie kommen. Das könnte halt so ein bisschen die Herausforderung werden und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir das irgendwie können und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir uns da auch schwer mit tun können. Das ist so ein bisschen dieser Münzwurf, in welcher Stimmung die Mannschaft an dem Tag irgendwie unterwegs ist. Emotional werden die alle irgendwie voll on fire sein, dafür werden die Ränge sicherlich sorgen. In welche Richtung sich das dann entwickelt, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Letztes Jahr, der DFB-Pokal gegen Darmstadt war ja auch eine knappe Kiste eigentlich. Da haben wir 4-2 gewonnen, aber auch das 4-2 letzte Minute, wir lagen zwischenzeitlich mal hinten. Also das wird schon ein heißes Spiel. Ja, du als Bundesliga-Start ist das mega, wenn das auch nur annähernd so wird oder auch wenn das Ergebnis so wird, wie das Aufeinandertreffen in der letzten Saison war, dann wäre ich da vollkommen fein mit. Und dann wäre das ein super Start in die Saison und könnte damit ja auch so ein bisschen die Richtung legen für das, was dann ja auch danach kommt. Also da wäre ich ja vollkommen fein mit. Ja. Also das wird halt auch für die Moral für die Truppe, also egal wie die Mannschaft aussieht, aber wenn du erste Runde DFB-Pokal 7-0 gewinnst und jetzt, keine Ahnung, mal positiv gedacht, schon mal vor, wir gehen am Sonntagabend mit einem 3-0 da raus, also das macht ja auch was für den Rest der Saison. Ja, es macht vor allen Dingen vielleicht auch was für die direkte Folgewoche, weil du hast ja dann auch nächste Woche direkt hier Conference-League-Playoff-Hinspiel. Genau, ist jetzt auch raus, spielen gegen Sofia. Ja, ist vor ein paar Minuten zu Ende gegangen. Ronaldo hat in der 90 plus 6. Minute den Siegstreffer geschossen. Ist halt nur nicht der andere Ronaldo, sondern der halt bei Sofia spielt. Der andere, der nicht so sympathische. Der nicht so teure. Das hier ist der sympathische und dann gibt es den nicht so sympathischen Ronaldo. Naja, da kann man aber auch vortrefflich drüber streiten. Ja. Naja, ich bin da ja immer ein bisschen anders. Ja. Als der Mainstream, ja. Kann doch auch gerne sein. Ändert mal nichts an meiner Meinung. So, fertig. Isst du gerade, isst du Erdnüsse? Nee, ihr habt noch was zwischen den Zähnen gefunden. Mmh. Du hast gefragt, also beschwere dich nicht. Ja, also stimmungstechnisch für die, für die folgenden Wochen und für den Einstieg in die Saison muss da halt schon einfach ein klarer, ein klarer Sieg her und der Rest wird so oder so passieren. Aber Sieg wäre halt schon einfach das, was uns da jetzt gut tun würde. Aber das ist ja auch irgendwie bei jeder Mannschaft so. Aufstellungstechnisch, Frau Alex, wie würdest du denn die Mannschaft aufstellen, wenn dich jetzt Dino Topmüller morgen anruft und sagt, du, ich weiß nicht, was mache ich denn da am besten? Was würdest du ihm sagen, welche Elfspieler würdest du aufstellen? Ich glaube, werde ich die nächsten drei Wochen immer wieder dasselbe sagen und sagen, ja, was weiß denn ich, wer überhaupt im Kader zur Verfügung steht, wer überhaupt noch da ist, wer weg ist. Ja, also Stand heute, auch wenn Moani ja jetzt individuell trainiert hat oder beim Mannschaftstraining heute dabei war, was nicht heißt, dass er zum Medizincheck in Paris ist, sondern einfach nur heißt, dass er irgendwie eine Magenverstimmung hat und ein bisschen individuell trainiert, soll er für Sonntag wieder fit sein, so wurde heute gesagt. Also von daher hast du mehr oder weniger freie Auswahl. Gehen wir mal davon aus, dass das alles noch so ist, wie es Stand jetzt ist. Dann steht Kevin Trapp im Tor. Ja, das war jetzt einfach. Innenverteidigung. Ja. 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 Ich hoffe mal, dass Tutor sich diese Woche anders präsentiert hat, wie in den Tagen zuvor und gezeigt hat, dass er Biss hat, dass er willens ist, die Herausforderung anzunehmen und wir mit Pacho, Koch und Tutor spielen. Ja. Dann. Habe ich schon die erste andere Meinung, aber mach gerne erstmal weiter. Genau, haben wir auf den Außen, ist auch so ein bisschen der No-Brainer gerade, halt mit Philipp, Max und Buta. Auf der Sechs haben wir Skiri. Ja, das war auch einfach. Genau. Ich war nicht so der große Fan der Ibimbe-Götze-Kombi auf der Achtzehn. Warum? Ja, würde ich gerne, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, da ist es nicht groß, also vielleicht hat mir ein bisschen das kreative Element gefehlt, vielleicht lag es aber auch einfach da dran, dass die erste Halbzeit generell Kacke war. Okay. Das heißt Kacke, ne? Also Kacke ist jetzt auch übertrieben. Ich fand es nicht zu hundertprozentig gelungen. Ja, okay. Ja. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da Götze und Larsson vielleicht mal probieren würde oder Götze und Aronson oder, ja. Ich hätte halt gern mehr, ich weiß gar nicht wie, ne, ich hätte gern, ich trau mich gar nicht Hauge zu sagen, weil ich hätte gern ein bisschen das von dem, nur in koordiniert. Ich hätte gern mehr Kreativität, ich würde gern mehr Sachen sehen, die nicht so vorhersehbar sind, nicht so, ja. Und da war ich auch nicht so richtig von Ibimbe angetan. Das war solide, was der gemacht hat. Das war auch super solide, was Götze gemacht hat. Da waren wenig Fehler drin, aber da war auch kein Überraschungsmoment drin. Und gegen einen Gegner, der wahrscheinlich uns das Spielmachen überlässt, brauchst du Überraschungsmomente. Ja. I guess. Okay. Ja, aber dann musste Knauf auf jeden Fall auf rechts bringen, ne? Also Knauf auf links war letztes Jahr immer so, also kannst du machen, wenn du gar niemand anderen mehr hast, aber, ja. Ja, oder, ja, kommt drauf an, also, wenn, wenn er fit ist, dann müsste er ihn halt dann schon auf rechts laufen lassen, äh, solange bist du halt eben alternativ rechts jemand anderen hättest, dann könntest du ihn auch auf links spielen lassen, aber, ne, ansonsten wäre er jetzt erstmal die erste Wahl. Genau. Okay, das heißt, du würdest anstatt Ibimbe, Larsson oder Paxton spielen lassen? Ja. Okay. Ja. Und nach Fohr? Nicht aus, äh, nicht aus der Inbrunst der Überzeugung, sondern einfach aus, ähm, ich will halt was anderes sehen, wie ich in der ersten Halbzeit gegen Leipzig gesehen hab, das war mir nicht inspiriert genug. Verstehe. So, davor, solange Moani da ist, spielt Moani. Ja. Punkt. Mit Lindström. Mit Lindström. Jawohl. Okay. Okay, okay, okay. Solange die zwei da sind, ja, wobei, also, ja, könntest natürlich auch, aber, ah, dann musstest, dann musstest halt fruchten mit meiner, ja, also kannst, ne, ne, also kannst du keine zwei Experimente machen, solange die da sind, Lindström, ähm, Lindström Moani gesetzt, was du natürlich auch machen kannst, ist, du bringst jemanden wie Mamouche statt Lindström und gehst dafür eine Reihe weiter hinter auf Safety First, ne, und dann bringst du Ibimbe und Götze. Mit denen machst du ja auf keinen Fall was verkehrt. Aber ich finde, wir brauchen irgendein anderes Element. Ja, ja, verstehe. Ja, wobei das, also, ne, lass mal Lindström Moani vorne, Mamouche macht da vorne nur Sinn, wenn du durchsinnst. Und du dahinter auch eine Reihe hast, die, äh, die ihn, die ihn gut bedienen können. Und das hast du ja auch bei seinen, bei seinen Treffern jetzt in Leipzig gesehen, der steht goldrichtig, aber, ähm, das ist auch nicht der Spieler, der irgendwie so den, den Überraschungsmoment da reinbringt. Ja. Ja. Ich würde einen Versuch starten hier auf der, auf der 18 mit irgendwas anderem und ansonsten mehr oder weniger genauso starten wie das letzte Mal. Außer ich wünsche mir halt, dass die Innenverteidigung funktioniert ohne Hasebe. Ja. Ich liebe ihn, ne, aus tiefstem Herzen, aber es kann doch nicht sein, dass wir 2023 und 2024 immer noch abhängig sind von Makoto Hasebe. Leute, da läuft doch irgendwas schief. Ja. Also, ne, also höchste Anerkennung und Respekt vor ihm, dass das immer noch so ist, dass er in dem Alter noch mithalten kann. Ja. Aber wenn das, das ist, dann. Ja, und da, das ist der Punkt, wo ich, also, ich hab zwei Punkte, wo ich dir, ne, eigentlich drei Punkte, wo ich dir so ein Stück weit, wo ich anderer Meinung bin. Also, ich glaube, Hasebe wird in der, in der Innenverteidigung starten und Koch wird auf der Tutor-Position, ähm, bleiben. Ich glaube, einfach so gefühlstechnisch, ich glaube, Tutor hat gezeigt, dass er da irgendwie stabiler sein will, aber das passt dem Trainer noch nicht so richtig. Aber das ist jetzt auch nur, ähm, Einschätzung. Ähm, dann auf der rechten Seite würde ich halt eher Knauf spielen lassen, einfach damit du den Pace hast. Weiß jetzt nicht 200 Prozent, dass er komplett fit ist, von daher, ähm, ansonsten wäre die Alternative da Buta. Aber, boah, ein Experiment mit Larsson und Paxton, also, ich würde die beiden halt schon gerne irgendwie sehen, aber machst du so ein Experiment im ersten Spieltag? I don't know. Würde ich nicht tun. Ich auch nicht. Also, ich würde damit hier auf gar keinen Fall diskutieren. Realistisch sehe ich da, sehe ich da Götze Ibimbe. Und man muss auch bedenken, Ibimbe hat halt in der letzten Saison, wenn er gespielt hat, hast du ihn dann halt auch viel auf den Außen irgendwie eingesetzt. Der muss da ja auch erst wieder so ein bisschen reinkommen. Der ist ja auch noch jung, also, dem muss man auch ein bisschen Zeit vielleicht geben, sich da jetzt irgendwie zurechtzufinden. Du klingst nicht so, als wenn, wenn dich das überzeugen würde. Nee, also, hast du ja, ist halt auch im Moment echt schwer, ne? Also, haben wir jetzt die ganze Folge schon gesagt, nix genaues weiß man, da werde ich jetzt natürlich einen Teufel tun und dir hier sagen, nee, 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 hier auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich war bei keinem einzigen Training. Ja. Ja. Also, wird, wird, wird super spannend, auf jeden Fall auch zu werden, zu sehen, was da, äh, aufstellungstechnisch da passiert und wie das dann, dann endet. Aber, ja, das könnte, könnte jetzt halt wirklich noch interessant werden, unsere Aufstellungstipps in den, in den nächsten Folgen, wenn da jetzt noch so viel unklar ist und auch bis sich da so eine erste Elf, äh, herauskristallisiert hat. Also, das könnte, könnte spannend werden, sagen wir es so. Ja, eigentlich nervt mich das, dass die Transferperiode noch so lang ist. Das ist ja. Hatten wir auch schon vorhin. Ja, mich auch, äh, mich nervt's auch noch viel mehr, dass die Transferperiode in der saudischen Liga noch bis 20. September geht. Ja, da haben wir ja nicht so viele Kandidaten, ne? Also. Ja, aber du, du, die könnten ja dann einfach noch. Ja, alleine, was bei uns, ne, schon noch, noch, äh, äh, noch ansteht, so. Also, es kann halt jetzt auch sein, je nachdem, was dann passiert, dass du Alario bis zum 18. September noch auf der Payroll hast. Ja, es kann auch passieren, dass der einfach bleibt, ne? So, dann jetzt, äh, Alidu weg nach Köln. Ja, mit Kaufoption und angeblich auch mit Rückkaufoption, also so wie ich das vorhin gelesen habe. Ja, also das, äh, also auf Alidu sollte man schon auf jeden Fall ein Händchen draufhalten. Das ist schon, da kann, da kann was gehen. Ja. Aber das kann halt, also, ja, es kann auch sein, dass hier, äh, was ich eben mein, mein, äh, 8er, 10er Duo mit, äh, Aronson und, äh, Larsson, kann auch sein, dass da noch irgendwie eine Laie, äh, mit rauskommt. Und wer weiß, wer, wer von denen noch da ist, weil aus der Jugendforschabteilung haben wir eigentlich auch zu viele. Ja. Da könnte auch jemand noch ein bisschen Spielpraxis woanders sammeln. Ich glaube, also, bei Aronson, glaube ich, der ist zu dicht dran, den würde ich jetzt nicht verneinen. Larsson, der ist schon, glaube ich, einfach noch, also, der bräuchte auf jeden Fall Spielpraxis, auch auf einem durchaus nicht super niedrigen Niveau. Also, bei dem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Laie noch irgendwie im Raum steht. Weil den jetzt dauerhaft bei der U23 spielen lassen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Niveau, was der da jetzt gerade brauchen würde. Ist richtig. Ja. Wird, wird's super spannend, was sich da noch alles tut. Superspannend wird jetzt auch, was dein Ergebnis-Tipp ist, Alex. Ja, also, eigentlich kannst du hier die kompletten letzten 20 Minuten, die kannst du rausschneiden und die kannst du an jede nächste Folge, kannst du die hinten dranhängen. Nix genaues weiß man, wer weiß, wie sie es entwickelt. Genau, und jetzt sagst du einfach, die Eistrag für den 5-0. Und mein Ergebnis-Tipp kannst du auch. Ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht so negativ in die Saison starten, wie ich das jetzt hier teilweise hab durchblicken lassen. Das war mir auch eigentlich, ach, eigentlich bin ich gar nicht so negativ. Merkt man nicht. Ne? Eigentlich hab ich ja am Anfang gesagt, ich bin da ziemlich neutral, müsste ich jetzt eigentlich auf den Unentschieden tippen. Aber nee. Nee. Heimspielen gegen Darmstadt? Richtig. Dann willst du Unentschieden tippen. Nee, wir starten mal geil in die Saison. Ich hab keinen Bock jetzt auch wieder, die sollen mich jetzt auch nicht nerven mit 8 Unentschieden in Folge, ne? Wo du am 8.10. Spieltag immer noch nicht weißt, wo du stehst, weil wir es nur schaffen, Unentschieden zu spielen. Aber du bist immerhin auch ungeschlagen. Hey? Auch gut. Ist immer noch besser, wie gegen Darmstadt jetzt zu verlieren, richtig? Nee, wir starten mal geil in die Saison. Wir schießen drei Tore und wir haben auch, wir gewinnen 3-0. Ja. Wir haben eine stabile Innenverteidigung, nicht so wie letztes Jahr. Wir arbeiten gut nach hinten mit. Wir halten den Kasten sauber und wir schießen Tore. Ja. Ja, nee, wir wollen mal nicht zu, machen wir 2-0. Wir wollen mal nicht zu euphorisch sein. Okay. Alex sagt 2-0. Das kommt mir sehr gelegen, weil mein Tipp wäre auch 3-0. Da hätte ich jetzt Schwierigkeiten gehabt, wenn du schon 3-0 tippst, aber so hab ich da kein Problem mit und sag einfach 3-0. Ja, passt auch besser zum Verlauf der Folge. Du warst deutlich euphorischer wie ich. Deswegen überlasse ich dir mal die 3-0 und ich korrigiere lieber ein bisschen da unten auf die 2-0. Und am Ende hören wir uns nächste Woche. Ich fand mich jetzt gar nicht so euphorisch, aber hey, wenn das am Sonntag losgeht und dann hab ich einfach richtig Bock auf die Saison und zu sehen, was da passiert und die Spieler zu sehen und was diese ganzen Wundertüten, die wir jetzt auch besprochen haben, was die können und wie sich ein Hauge entwickelt und ob er es schafft, irgendwie den Startplatz zu erobern und ob er Tore schießt oder ob er nur vorbereitet. Also da ist halt einfach auch so viel drin, was man nicht weiß, was auf der einen Seite ein bisschen, ja, einen ärgert, aber auf der anderen Seite, ist das nicht auch das, was den Reiz ausmacht, dass man halt einfach überrascht werden kann nach wie vor noch? Du willst auf die Frage nicht antworten, okay. Nee, nee, also jetzt willst du ja partout aus allem, was scheiße ist, das Positive sehen, ne? Nee. Ja, nee, also überraschen, ja doch, überraschen muss mich alles, so dass die Bundesliga spannend wird und das von ersten bis letzten Platz, ja, und dass bessere Vereine dieses Jahr absteigen und bessere Vereine aufsteigen und vielleicht jemand anders Meister wird wie die Bayern, ja. Ja, und ich will geilen Fußball bei der Eintracht sehen, weil ich hab ja jetzt nicht mehr die Option, wenn die da unten Kacke spielen, zu sagen, naja, egal, ich setz mich, warte bis der Biermann kommt, trink einfach drei, vier Bier und lass den Abend entspannt ausklingen. Nee, ich muss ja jetzt die ganze Zeit stehen. Und Stimmung machen, das gehört gut dazu. Und es kommt, und es kommt kein Biermann mehr. Ja. Das wird schlimm, genau. Deswegen, der Fußball muss mich überzeugen. Ist wichtig. Vielleicht tut er das ja, steine These, vielleicht tut er das ja, wenn du das Spiel halt einfach ohne 18 Bier im Kopf guckst. Vielleicht ist der Fußball ja gar nicht so schlimm, wie du es wahrnimmst, du hast es nur halt einfach nicht mehr richtig sehen können. Ach, das wird eine geile Saison, wenn die endlich mal nur mit einem Ball spielen. Ja, das kann aber dann vielleicht auch dran liegen, dass du irgendwie die Brille nicht richtig aufhattest. Ja, die ich ja mittlerweile auch brauche. Ja, wusste ich doch. Ja, sehr schön. Ja, nur fürs Protokoll, ne, 18 sind's nie. Was sind's 18 nie? Bier. Nee, nee, weil du gesagt hast, mit 18 Bier und so, ne, nur fürs Protokoll. Ja, okay, dann halb neun Bier und fünf kurze. Es gibt keine kurzen. Also kein Flachmann in der Tasche? Nee, 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 ich schmuggel doch nichts mit rein, Mensch. Okay. Gut. Ordentlicher Zuschauer. Wenn du das sagst. Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, wir konnten, liebe Hörerinnen und Hörer und auch für dich, liebe Alex, das Stimmungsbarometer vor dem Beginn, tatsächlich im Beginn der Bundesliga-Saison 23, 24, so ein bisschen nach oben drücken. Ich hoffe, das ist uns jetzt hier gelungen. Stimmungsmäßig wird's auf jeden Fall auch nächste Woche, dann werden wir nämlich sehr ausführlich auch mit uns einem Ausblick auf dieses Playoff-Spiel beschäftigen. Alex, ist Sofia denn für dich jetzt der Kandidat von den beiden, die zu Ausfall standen, wo du sagst, den hätte ich jetzt gerne auch lieber gehabt als Harpol? Eigentlich, nee, eigentlich ist mir Bums. Also keinen von beiden hatte ich mir gewünscht. Das war jetzt so ein bisschen die, ach, ich hätte gerne Austria-Wien oder so gehabt, was Geiles, wo du auch Bock hast hinzufahren. Ja, aber warum? Sofia in Bulgarien ist da jetzt auch nicht so? Das ist halt ultra weit, ne? Also ist für mich nicht machbar unter der Woche, hätte ich wie eine ganze Woche Urlaub nehmen müssen und das halt in der Woche, bevor ich drei Wochen in Urlaub gehe, wäre halt nicht machbar gewesen. Was heißt denn schon wieder? Seitdem wir gesprochen haben, warst du auch im Urlaub. Ja, der September, der wird nicht so arbeitsreich für mich. Ja, hätte ich, also ich hätte mir gänzlich was anderes gewünscht, aber mir war von Anfang an klar, also weder Sofia noch Israel wird mein Ziel. Von daher, ja, also Sofia ist auf jeden Fall so ein bisschen der attraktivere Gegner. Ja, von daher passt es schon ganz gut. Ich freue mich auf das Heimspiel. Auswärts werde ich vorm TV schauen mit einem der 12 Abos, wo irgendwo hoffentlich was läuft. Ist nicht, Conference League auch, RTL? I guess. Maybe. Free? Ich weiß, also noch nicht mal das weiß ich für dieses Jahr. Jetzt, ich war der festen Überzeugung, es ist RTL, jetzt verwirrst du mich ein wenig. Also schon, ne, aber ich weiß nicht, ob sie es im TV übertragen oder ob du dafür hier RTL Plus brauchst. Achso, das meintest du. Ja, das weiß ich für das Hinspiel auch nicht. Das Rückspiel wird auf jeden Fall im Free-TV, meine ich, gezeigt. Aber da ist man ja dann im Stadion. Wollte gerade sagen, Rückspiel ist mir, können die machen, was sie wollen. Genau, also Hinspiel 24.8., dann in Bulgarien Rückspiel 31.8. zu Hause und wir werden uns nächste Woche dann neben dem, was wir hoffentlich an schönen Spielzügen und Toren im Spiel gegen Darmstadt gesehen haben, dann auch mit einem Ausblick auf das Spiel gegen Sofia beschäftigen, liebe Freunde der Sendung. Ja, und ich lehne mich jetzt schon mal ganz weit aus dem Fenster und sage, nächste Woche bin ich im Start. Uh, sie hörten es hier zuerst. Ansonsten machen wir nächste Woche gemeinsam, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sendung einfach einen großen Strich auf das große Board der Wie viele Folgen verpasst Alex in der Saison 23-24? Das Ziel ist weniger als letzte Saison. Das ist nicht so schwer, das kriegen wir hin. Ja, ist richtig, aber kommt ja drauf ab, wie du in diese Saison rein startest. Ja, und bevor die Alex jetzt aus dem Fenster rausfällt, würde ich sagen, machen wir die Folge für diese Woche zu, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielleicht sogar live während der Aufnahme im Stream. Schaut, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte gerne auf eintracht-podcast vorbei. Und ansonsten wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, einen guten Start in die Bundesliga-Saison. Viel Spaß, wenn ihr am Sonntag im Stadion seid. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, 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 es kann auch ein Bonn. Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, 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 es kann auch ein Bonn.